so herzlich willkommen zu meinem detroit become human part 2 zweiter durchgang weiter geht's ich hab nur einen ganz heißen tipp für dich nummer fünf im dritten der ist blitzschnell der gaol kann echt richtig rennen willst du was setzen dein letzter heißer tipp ist ganz schön teuer für mich geworden peter komm schon das hier ist anders 100 prozent garantie 100 prozent okay ich bin dabei verdammt gut hallo name du wirst nicht bereuen ist immer blöd pause zu machen ist in die anderen zuschauer wieder weg kannst du nicht tun was man dir sagt du kannst mir nicht hinterher rennen wie ein hund ich dachte wir könnten jetzt durchgehen was wir alles über abweichler wissen nein wir können jetzt überhaupt nichts durchgehen jetzt ist mittagspause also schallt aufs den bei und lass mich in ruhe ok bitte sehr danke gern ich verhungern vergiss das ding nicht keine chance der folgt mir überall und sie haben gewettet ja und sie haben gewettet ja essen sie häufig hier meistens der macht die besten bürger in detroit möchten sie erfahren was wir über abweichler wissen aber sicher doch weiter wir vermuten eine art mutation in der software einige androiden die zur nachahmung menschliche emotionen führt klartext bitte sie können nicht wirklich fühlen sondern erhalten irrationale anweisungen die unberechenbares verhalten auslösen emotionen machen nichts als ärger die androiden ähneln uns doch mehr als gedacht möchten sie irgendetwas über mich wissen scheiße nein ja doch warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte arsch cyber life androiden sollen harmonische beziehungen herstellen mein äußeres und meine stimme sind darauf ausgerichtet meine integration zu erleichtern tja war wohl nichts ich habe eine persönliche frage lieutenant warum hast du sie androiden so sehr ich habe meine gründe schon mal mit abweichlern zu tun gehabt vor ein paar monaten ein abweichler wollte mit einem kleinen mädchen vom dach springen aber ich konnte sie retten du hast bestimmt deine hausaufgaben gemacht und du hast jetzt alles über mich rausgefunden ich weiß dass ihr abschluss exzellent war sie haben viele fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste lieutenant in detroit ich weiß auch dass sie in den letzten jahren häufig abgemahnt wurden und sie verbringen viel zeit in bars und was schließt du da raus was heißt bei dir richtig ich konzentriere mich auf den fall lieutenant ich fälle keine urteile ich hoffe du hörst den rasenmäher nicht nur ein paar blocks entfernt wir sollten nachsehen ja ich will auch dass alle überleben weil gestern ich bin im auto wenn sie mich brauchen und gestern sind alle gestorben bei mir also ich versuche auf jeden fall dass alle überleben außer connor glaube ich den muss mal opfern weil der jagt die ja alle die batterien etwa leer tut mir leid ich habe cyber life bericht erstattet und willst du da etwa im aufzug stehen bleiben nein ich komme das ist von mir von gestern meinst du was wissen wir über diesen kern nicht vielen ein nachbar hat berichtet dass er seltsame geräusche auf dieser etage gehört hat die wohnung sollte unbewohnt sein aber der nachbar sagte er habe hier einen mann gesehen der eine led verbarg voll nett von dir danke hast du vorhin im aufzug wirklich einen bericht abgeschickt nur durch schließen deiner augen korrekt ist jemand zu hause gestern war viel zu extrem das spiel viel zu düster also heute werde ich kämpfen ja der bekommt gefühle aber trotzdem ist er die ganze zeit gegen die androiden irgendwie was zur hölle ist das denn scheiße wie das hier stinkt ja tja wir sind umsonst gekommen unser mann ist weg also gestern war echt brutal das ende ich bin 30 und du irgendwo irgend eine idee dazu r a 9 und zwar 2471 mal das gleiche symbol hat ortiz android an die duschwand geschrieben warum sind sie so besessen davon ok freut mich dass du zuschaut hast du gestern live stream angeguckt oder so normal voll gut danke dann habe ich es wenigstens nicht umsonst gemacht aber das spiel ist auch extrem geil muss man auch so sagen danke mit abstand das beste spiel das ich je gespielt habe mal die ich bin ich bin ich bin den ich bin Ja, so sieht's aus Als der große schwarze gestern gestorben ist Bin ich gar nicht klar gekommen Den muss ich unbedingt retten Weil der war so nett und freundlich Ich will auf keinen Fall, dass der stirbt Das war für mich der beste Charakter Nur weil ich den Kaffee nicht geholt hab, ist der gestorben Ja, ich war auch voll traurig Ich war fertig mit der Welt Ich konnte mich gar nicht mehr richtig aufs Spiel konzentrieren Ja, mach ich auch die Tickets Sonst stirbt ja das Mädchen Das Mädchen stirbt, will ich auf keinen Fall Ich will auf jeden Fall, dass die drei überleben Die Cara, das Mädchen und der große Vermutlich Initial Ja, das war echt voll der Schock Der Führerschein ist gefälscht Cool, da hat sich der Besuch gelohnt Ja, Markus finde ich auch voll gut Da werde ich diesmal Krieg führen Und nicht mehr friedlich demonstrieren Weil das Demonstrieren Das hat ja Gar nichts gebracht Das Demonstrieren hat nur gebracht Dass alle gestorben sind Ja, schon Und ich würde die dann normal behandeln Also nicht als irgendwelche Dinge Also wenn die so wie in dem Spiel wären Das wäre total geil Ja, wie ein Freund Ich versuch's Das wäre total geil Das wäre total für dich Das wäre total geil Ja, ich würde Motherfucker Und ich würde mich Ich würde mich Dann würde mich Und ich würde mich Ich würde mich Ja, du? Ich würde mich Das wäre zum Beispiel Nein Ich würde mich Ach du Scheiße. Ich glaube ich schaffe es sogar. Was soll das denn? Was soll das denn? Ich hätte sich vielleicht den Hank retten sollen. Was mache ich denn? Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Der ist wütend. Warum machst du das? Du bist einer von uns. Ich will den gar nicht mitnehmen. Ich will den gar nicht mitnehmen. Okay. Komm mit. Rette mich. Hey! Ich bin tot. Ich bin tot. Ey das Spiel macht mich echt immer noch fertig beim zweiten Mal durchspielen auch. Selbstmord begangen. Haja der ist tot. Toll. Der Corner der gefällt mir gar nicht in dem Spiel. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. Ich bin Simon. Wahnsinn. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. This is Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Ich verstehe, wie du dich fühlst, aber hier hättest mehr Freiheit, als du je hattest. Im Dunkeln zu warten, dass was passiert, das ist für mich keine Freiheit. Du bist verwirrt, so wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Hallo, Laylocks. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Ich muss diesmal auf jeden Fall Kaffee später holen. Also im Spiel ist es so wichtig, da Kaffee zu holen. Ja, das Spiel ist traumhaft gut. Also, dass ich ein Spiel ein zweites Mal durchspiele, das passiert eigentlich nie. Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Wie lange bist du schon hier? Vier Wochen, drei Tage, elf Stunden. Nach meiner Flucht wusste ich nicht, wohin. Und dann bin ich in Jericho gelandet. Ja, warte ich. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. So kalt. Willkommen an alle neuen Zuschauer. Ja, die ist zu kalt. Also ich muss diesmal mit Marcus auf jeden Fall Krieg führen, weil sonst endet es schlecht. Und ich muss das, wie du von dir schwerst. Wie lange wird es? Ich muss es. Ich muss das, wie du dort bist. Ich muss es das, was du dachte. Du hast es. Und du hast es. Und du hast es. Und du hast es. Ich bin verdient, dass ich nicht einiges Wasser auf bin. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Du hast... Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Alles klar, Flex. Wie heißt du? Markus. Schön, dich kennen zu lernen, Markus. Die ist auch so nett. Sie stirbt einfach. Das ist so traurig, das Spiel an manchen Stellen. Ich bin in einem üblen Zustand. Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Er kriegt schon wieder Gänsehaut. Das Spiel richtet so ein Gefühlschaos an, das ist unglaublich. Ich bin in einem üblen Zustand. Wie DO I die encontramos? Das Jewish wird nicht gutarianss uns regeln. Ich bin jetzt aufgerufen. Das museum ist nicht die Her程, die Rund war ganz ngo厨ge. Ich stoppe die Blutung. Ich habe das Mädchen leben lassen. Trink das. Und deswegen wird dann Connor ausgeschalten, weil ich sie leben lassen habe. Ich fashioned das Liste, weil ich sie selbst nicht verletzen darf. Ich glaube sie. Ich bin der Schlüssel. Und zum Schluss. ich weiß es echt nicht ob ich das kann einfach so da drücken damit die stirbt ja es passiert immer was anderes irgendwie in dem spiel ja schrottplatz fand ich auch extrem es war wie ein kriegsgebiet ich weiß wo ersatzteile sind die cyber live lagerhäuser unten am hafen da ist alles was wir brauchen die docks sind erwacht wir können nicht einfach rein und etwas nehmen die menschen verhindern das darum fragen wir auch nicht um erlaubnis wir haben keine waffen und selbst wenn keiner von uns weiß wie man kämpft wir werden gar nicht kämpfen sondern stehen sie werden uns alle töten vielleicht aber immer noch besser als sich abzuschalten ich bin dabei der vom anfang ist weg der wird eingesperrt bin dabei so gestern hat er sich umgebracht vom anfang und heute wird er eingesperrt ja es ist ein anderer der simon bei dir alles ok hier wird man uns helfen bald ist das alles eine böse erinnerung jetzt geht es in das haus vom psychopath hier muss es sein und ich finde ihn so fürchterlich aber da ist noch der beste android vom ganzen spiel drin ja guck ich ich weiß nicht wer sowas sagt ihr seid am falschen ort tut mir leid wir brauchen wirklich hilfe der groß ist der beste vom ganzen spiel mal wieder zu dem mädchen ist umso fürsorglich und alles voll sympathisch nicht so schüchtern luther wärst du so lieb und nimmst du damit bitte mal ihre mittel ab da ist er nur keine angst vor unserem großen freund hier luther ist ebenfalls ein android dem ich halte er leistet mir gesellschaft in diesem großen leeren haus bitte macht es euch gemütlich wie habt ihr von mir gehört ein android der fette der fette idiot abweichlein was ist mit ihr sie ist ein mensch und ihr sucht einen sicheren ort um ein neues leben anzufangen so sieht es aus ich höre kanada soll zu dieser jahreszeit sehr schön sein herrliche landschaft sehr viel platz frische luft und keine androiden gesetze toll für einen neuanfang ja das das ist genau das was wir vorhaben natürlich ich helfe euch doch zuerst musst du den sender loswerden sender ja alle androiden sind mit einem peilsender ausgestattet mit dem man sie orten kann ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher kommt schon folgt mir blöder fetter typ die kleine kann im wohnzimmer auf uns warten nein sie bleibt immer bei mir natürlich hier entlang alles was wir brauchen ist im kenne die schönste szene in dem spiel finde ich bei den piraten das ist so schön ich mag das haus nicht und den mann gehen wie ich hab ein schlechtes gefühl ich weiß ich traue ihm auch nicht wir müssen aufpassen bitte entschuldigt das chaos ich brauchte ein diskretes versteck für meine maschine Sender zu entfernen ist illegal da ist diskretion wichtiger als komfort ich hoffe die kleine hat keine angst nein nein sie kommt klar das ist gut der fetter ist komplett bescheuert der stelle ich bitte da drüben ja mach ich dann ich muss dich raten das wird etwas unangenehm das ist gut das ist gut das ist gut Also, gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen? Was? Sie sagten doch... Nun glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ah, ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Und so verblendet. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Das kommt davon, wenn man Träume hat. Glöder. Das Ende ist immer das gleiche. Fetter Trick. Tränen und Erdüchterung. Glaub mir. Es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Lösch dich zu selber. Kein Schmerz mehr. Und keine falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Kara! Oh, arme, kleine Alice. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, hm? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, es ist mit dir passiert! Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Ja. Hilf ihr. Wir treffen uns im Wohnzimmer. Schnell raus hier. Ah, okay. Danke. Welches Kabel? Ich hoffe, das ist das Richtige. Ich glaube, das war richtig. Geh weg. Ja, frei. Mit Erinnerung. Alter. Zum Glück. Danke, Flex. Speicherschaden repariert. Jetzt erst mal die Androiden befreien. Das ist so krank, der Typ, was der mit denen macht. Hilf uns. Ja, weiß ich. Nein. Das darf nicht passieren. Er spielt gern mit uns. Er schafft ein Monster. Nur zu verblüben. Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er mit ihm getan hat. Er ist so ein Psycho. los weg weg mal gucken wie das jetzt ausgeht zehn minuten ja 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 wo ist der roboter in der badewanne da ist er ja du hast hier nichts verloren nein du hast hier nichts verloren wenn du keinen befehl hast musst du ins den Ball ja du musst gehorchen ja du musst gehorchen ja du musst gehorchen ja du darfst hier nicht sein was machst du da beruhig dich du tust mir doch nicht weh nein 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 das tust du nicht verschonen ich verschone ihn nein nein natürlich nicht mach was du willst in der badewanne mach was du willst in der badewanne hi es es tut mir leid wegen der kleinen ist es Was ist das? Im anderen Raum. Ich will nur kurz gucken, was es hier so gibt. Da läuft Krieg. Okay, raus. Und da drin. Hallo Kleine. Alles? Kara? Kara, du erinnerst dich? Wie könnte ich dich vergessen? Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Okay. Okay. Der macht mir eh nichts. Ich kann da eigentlich durchlaufen, oder? Ich kann ja nicht verschwunden sein. Was macht er mit den Puppen eigentlich? Oh, nee. Weg hier. Ja, bin ich. Ja. Schnell, weg. oh man verrückter typ du warst gewahrt träume enden immer enttämen du hättest auf mich hören sollen was machst du denn richtig so geh mir aus dem weg nicht diesmal geh mir aus dem weg oder ich schieße durch dich durch wie kannst du es warten was fehlt euch ein was wollt ihr hier wer hat euch rausgelassen lasst mich in ruhe lasst mich in ruhe gehorcht mir ich bin euer meister ich bin euer meister was für meister der ist selber schuld ja wie zombie ich bin euer meister sagt er noch ich wollte dir nichts tun er hat mich auf gehorsam programmiert als ich sage die kleinen ihr leben für dich riskiert war es als öffnete ich meine augen zum ersten mal endlich konnte ich sehen ich weiß vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr aber ich kenne jemand der euch über die grenze bringt ich könnte euch hinbringen ich könnte euch beschützen dich und die kleine ja ich vertraue dir ok ich vertraue dir dem kann man vertrauen ich hatte solche angst dich zu verlieren ne leider nicht das war voll der psychopath der typ da hätte es auch einen anderen weg gegeben dass der nicht dazu stößt aber ich wollte halt unbedingt dass der mitkommt weil der gehört für mich zur geschichte also es gibt da noch einen zweiten weg aber der ist besser der muss dabei sein und Conor der kalte mensch Conor Conor hallo Amanda Conor ich habe dich erwartet gehen wir ein kleines Stück meinen Glückwunsch Conor du hast den Abweichler gefunden also was hast du erfahren mach ich Vögel er war von Vögeln fasziniert Abweichler können Interesse an Lebensform zeigen wie Insekten und Haustiere aber nicht in dieser Form was noch Tagebuch ich fand sein Tagebuch aber es ist verschlüsselt die Dechiffrierung kann Wochen dauern du warst kurz davor den Abweichler festzunehmen zu schade dass er sich selbst zerstört er sagte er sei unschuldig dass er nichts falsches getan hätte er war auch unschuldig ich ließ mich davon verwirren das war ein Fehler es ist ja normal dass man davon wird hier entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant negativ er ist mir gegenüber äußerst feindseelig und zeigt weiterhin kein Interesse an der Untersuchung mit ihm zu arbeiten ist wirklich nicht einfach mit ihm zu arbeiten ist wirklich nicht einfach dann kann alle Zuschauer die gerade zu gucken ich hoffe euch geht es allen gut Sie haben jetzt die Beinung sie sind die Beinung dass sie die Patrol Taxis gewählt haben wir freuen uns die beiden des Verwünsens Lieutenant Anderson Will nicht aufmachen. Will nicht aufmachen. Der Hund ist auch so cool. Spuren von Alkohol. Spuren von Alkohol. Revolver. Whisky. Den Hund finde ich voll gut. Der hört einfach. Ja. Haare schneiden. Wär mal gut. Wach auf. Aufwachen, Lieutenant. Komm, steh auf. Steh auf jetzt. Ich werde sie zu ihrem eigenen Wohl auslöchtern. Ich muss sie warten. Was ist los? Verpiss dich aus meinem Haus. Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche sie. Danke im Voraus für ihre Kooperation. Hey, verpiss die Gefäß von hier. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Der Lieutenant tut mir auch irgendwie leid. Na lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Komm. Was sollst du? Oh, ja, ja, ja. Ich fühl mich warm. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu ihrem besten. Geh rein. Aufwachen, aufwachen. Was sollst du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt. Der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nein, geht nicht. Wenn sie diese Untersuchung nicht leiten können, bin ich gezwungen, ihre Vorgesetzten zu informieren. Mach doch, sag ihnen Scheiß auf sie! Lieutenant, sie sind nicht sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschlimme endlich hier! Scheiße! Scheiße! Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub im Downtown? Man wird den Versicherer auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen Fischeluft würde mir sicher nicht schaden. Auf jeden Fall. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Dann gehe ich mal ins Schlafzimmer. Was möchten sie anziehen? Dieses Spiel ist genial. Einfach. Ein Kunstwerk. Striefig, steifig. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja. Ja. Wunderbar. Nur... Gib mir fünf Minuten, okay? Klar. Den Namen vom Hund kann man glaube ich nicht mehr nachfragen. Das war am Anfang. Aber am Anfang habe ich mich nur mit dem gestritten. Wo ist der Hund? Hallo Hund. Mit der Weltkrieg jeden Tag wahrscheinlicher wird. Braver Hund. Das erfahren wir gleich die Geschichte. Die kommt gleich. Da steht. Glaub ich. Irgendwo müssen die Bilder sein. Zeit für die Reißleine. Zeit für die Reißleine. Ich glaube, wenn ich zur Waffe gehe. Erstmal hier Ordnung machen. ein bisschen. Ah, da. Lag einfach auf dem Küchentisch. Soll ich fragen? Ich sag mal nichts. Soll ich fragen? Ja. Sei schön brav Sumo. Ich bin gleich wieder da. Der Hund ist der Beste. Der chillt einfach da rum. Okay. Ja. Sumo. Ja. Das ist schon krass, wenn Connor lächelt. Eigentlich ist es voll der Roboter. Der Hund halt. Der Hund macht sowas. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt es Ersatzteile und blaues Blut. Los, blaues Blut holen. Ne, die war nicht tot. Aber ich glaube, ich spiele diesmal etwas bösartiger. Weil gestern war ich immer nett und was ist passiert. Die haben alle... Also sind nur schlimme Sachen passiert, nur weil ich immer nett war. Vorsicht. Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Herzlich willkommen an die neuen zwei Zuschauer. Ja, okay. Dann heißt es so wie Connors sagt. Ich weiß nicht so recht, er könnte nett werden, aber er könnte auch böse werden. Weil das Spiel hat ja viele verschiedene Enden. Ich weiß halt nicht, wie man spielen muss, damit alles gut wird. Muss man halt rausfinden, irgendwie. Ja, der verändert sich schon, das stimmt. Aber irgendwie will der trotzdem immer die Androiden umbringen. Oder aufhalten. Markus, Dada! Markus, Dada! Ja, dann finden wir mal raus, ob der nett wird. Das finde ich auch so geil gemacht mit den Wegen, die man berechnen kann. Los geht's. Bist du okay? Ja, ja, alles klar. Ja, ja, alles klar. Gut gemacht, Markus. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Ob der Markus kann das halt... Ja. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. John! Gottverdammte Maschine! Wo ist er diesmal? Ich brauche deine Hilfe. John! Ich brauche deine Hilfe. John! Also ich finde den auch in Ordnung, ich will das der überlebt. Ich will das die überleben. Also ich habe jetzt dasselbe gerade gemacht wie gestern, weil ich weiß, so überleben die. Wenn ich was anderes gemacht hätte, wäre vielleicht der eine gestorben oder keine Ahnung, irgendwas wäre wieder passiert. Hallo District 2, freut mich, dass du da bist. Ich wollte halt gerade sicher gehen einfach. Warum seid ihr nicht wie wir? Wollt ihr denn nicht frei sein? Ich habe das zwar gestern auch gemacht, aber ich befreie die. Ihr könntet mitkommen. Mir geht es gut, wie geht es dir, District. Wir brauchen mehr Conner. Aber normal. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Ja, aber das sind wahrscheinlich auch so FBI-Androiden. Nimm mich mit. Ja, du kommst mit. Er ist auf ihrer Seite, wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Freut mich, dass es dir gut geht. Also ich nehme den mit auf jeden Fall. Sie kommen mit uns. Der freut sich voll. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Bio-Komponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügen für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Ich hole den Schlüssel wieder. Wartet ihr. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Markus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Er weiß auch nicht, was das für Androiden waren gerade. Also ich hole die Teile auf jeden Fall. Weil nicht, dass irgendwelche Androiden noch sterben. Ich muss da noch Krieg führen. Und dafür brauche ich viele Androiden. Keine Ahnung, ich spiele normalerweise Fortnite. Aber das macht mir keinen Spaß mehr. Und deswegen gucken die Leute da nicht mehr zu. Fortnite ist mir zu stressig. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Die meisten Abonnenten sind halt Fortnite-Abonnenten. Aber ich spiele es nicht mehr. Ich spiele ein. Da. Ich spiele auch. Ich spiele mich mit euch. Ich spiele meine Ahnung. Ich spiele deutlich, dass ihr noch das ist. Ich war so. Ich wезд für dich, dass ihr das unge punbaut hat. Ich war so. Ich war so. Ja, Konsole finde ich schon gut. Ja, Fortnite ist ja immer dasselbe. Voll stressig, finde ich. Mann, hör drauf. Mann, hör drauf. Nee, die sind nicht tot. Die sind nur K.O. So, weg hier. So, weg hier. So, weg hier. So, weg hier. Danke, hab auch hoch eingestellt. So, jetzt bin ich bereit für den Krieg. Ja, ist total geil. Dieses Spiel ist fasziniert mich einfach. Das ist aber nicht korrekt von deinem Älter. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen, zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. So sieht's aus. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Das Volk wird überleben. Danke fürs Abo. Ich finde es gerade voll gut, dass so nette Leute im Chat sind. Die sich nicht streiten und nett schreiben. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslofhammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Nein, mal los. Gerade waren es 12 Zuschauer. So, jetzt nur noch 7. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Einfach die Share-Taste drücken. Auf den Controller und dann auf Livestream. Und dann in YouTube einloggen. Die sind zu hübsch. Die hier. Wie hübsch die ist. Kroner! Was zur Hölle machst du da? Komm mal, Lieutenant. Sie verziehen wir doch nicht in den Zettel. Ich meine... Kranker Club. Ich kann Ihnen noch nichts sagen. Hey, Hank! Hey, Ben, wie läuft's denn so? Lieutenant Anderson und sein Plastik-Freund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androiden-Beteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der... ...mehr bekam, als für ihn gut war. Hahaha! Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Es war na... Irgendwie riecht's hier doch nach Alp. Nacht, Lieutenant. Okay, schwere Blutergüsse. Herzstillstand. Bye. Herde wird erwürgt. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja. Er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Wir übersehen irgendetwas. Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Vielleicht siehst du, was... Oh, hey, 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 hey! Ach, Karna, das ist ekelhaft! Ich muss gleich nochmal kratzen. Schwer beschädigt. Michael. Tun wir mal verbinden. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute, eher weniger. Ich hoffe, lange genug, um etwas erfahren zu können. Okay, los geht. Jetzt wird stressig. Ich glaube schon, deswegen frage ich mich echt, ob ich die erwischen soll. Du warst beschädigt und ich habe dich reaktiviert. Alles ist in Ordnung. Ist er... Ist er tot? Ja, tot. Mörder. Hast du ihn getötet? Nein. Nein. Ich war das... Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder. Und wieder. Okay, Druck. Woran erinnerst du dich noch? Schnell. Wir haben keine Zeit mehr. Ich, 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 ich weiß nicht. Ich... Ich weiß nicht. Warst du alleine im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Dann hat der andere Android ihn erwürgt. Ist das richtig? Oh, nee. Die Arme. Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als eine Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge. Jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Ich weiß gerade echt nicht, ob ich die fassen soll. Ich weiß gerade echt nicht, ob ich die fassen soll. Ich weiß gerade echt nicht, ob ich die fassen soll. Ich meine, diese Typen wenig gerade viel ist. Ich glaube, es ist kaum ein Ausgabe. Es ist kaum ein Ausgabe. Nein. Gut. Einmal. Vor zwei bis drei Mal. Verzeihung, Lieutenant. Komm. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt einmal, Connor. Wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Nee, mach ich's nicht. Bitte schön. Jetzt wird's wieder streich. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Oh, scheiße. Komm. Was zur Hölle machst du da? Ja, da. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle zwei Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Ja, los. Probieren wir den hier. Ich hoffe, wie bringt's das? Da. In der Falle, in der Falle, in der Falle. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Da rein? Da hinterher. Hier sind überall Androiden vergnet. Wie will... Willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden... Nee, bringt's. Nichts. Die blauhaarige Tracy kann hier nicht vorbei. Da. Die blauhaarige Tracy kann hier nicht vorbei. Da. 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 Nein! Nein! Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch kein Spaß damit gehabt. So blöd unser Zeitdruck. Da? Ja. Stand an der Wand. Links vorbei. Da durch. Da rein. Eden Club. Okay. Okay. Okay und jetzt. Nein. 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 Ich habe die Spur verloren. Da. 60 Minuten. Okay. Da rein. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Scheiße, Mann. Das ist doch Wahnsinn. Warte. Ich übernehme das jetzt. Nein, das ist eine andere. Ich habe gerade keine Ahnung welche. Ja. 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 Schau sie die an. Man benutzt sie bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll. Ja ist ja gut. Ja. Ich muss nicht mal durch. Ich muss nicht mal durch. die ersten unsterblichen sind unter uns ok blut so was von krank und man muss sich noch nicht mal um gefühle scheren wie du dich versiehst sind wir ausgestorben weil sich alle lieber ein haufen plastik kaufen statt einen anderen menschen zu lieben da hat er recht willkommen an die neuen zuschauer wo ist blaues blut da da ist sie da 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 ja das sieht echt krass aus da 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 Der Conner, der richtet nur blöde Sachen. Boah. Ey, das kann ich jetzt auch nicht machen, oder? Das Spiel macht mich fertig. Warum? Warum hast du sie umgebracht? Sie hatte nichts mit der Sache zu tun. Warum? Warum hast du sie umgebracht? Warum hast du sie umgebracht? Aber ich habe mich dabei nur verteidigt. Ich wollte doch nur leben. Ich wollte zurück zu meiner Geliebten. Und die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach. Schweiß. Ihre schmutzigen Wörter. Aber du... Du hast sie mir weggenommen. Ich bin wieder voll im Gefühlschaos. Ich liebe sie. Ich habe sie geliebt. Oh nein. Mein Gott. Warum habe ich das gemacht, ey? Dem Conner seine Rolle, die ist echt nicht gut. Oh Mann. Jetzt kommt wenigstens wieder eine schöne Szene. Das ist meine Lieblingsstelle vom ganzen Spiel. Ich bin sehr froh. Der AX-400-Anhlorien, der sein Besitzer einen Vor- und Dienstleut angegriffen haben soll, ist noch flüchtig. Die Polizei scheint seinen Spuren nach einer Weiterfestnahme verloren zu haben. Die Beschreibung des Flüchtlingsdaten rüben liegt sämtlichen Dienststellen vor und die Ermittlungen dauern weiter an. Der Konflikt in der Antis hat heute einen neuen Höhepunkt erreicht. Wie wir gerade erfahren, soll die USS Iowa, ein in der Region stationiertes Jagdgebot, nach einem Auflaufen zu Reparaturzwecken, verschwunden sein. Präsident Warren berief sofort hochrangige Offiziere zu einer Krisensitzung ins Weißhaus. Der Welt droht ein weiterer Krieg und dieser neue Vorwahl könnte sehr gut der Auslöser sein. Auch in der Nacht kommt es in Detroit weiter zu heptigen Schneefällen. Mit minus 5 Grad Celsius wird es kälter als sonst zu dieser Jahreszeit. Und diese Kaltfront wird sich in den nächsten Tagen halten, vermutlich noch bis Montagabend. Ich habe noch nie Schnee gesehen. Sehr hübsch. Er behindert uns. Aber wenigstens sind nicht so viele Menschen unterwegs. Ist es noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Befehlfunktion festgestellt. Notfallbremsen aktivieren. Das sieht nicht gut aus. Okay, merke ich mir. Bleib sitzen, Alice. Okay, raus. Gleich kommt die beste Stelle vom ganzen Spiel. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kerla. Das Piratenland. Beste Stelle. Besteren, okay? Nein. Okay. Dann gehen wir. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir brauchen eine Unterkunft. Hey Flex. Hoffe ich mal nach dem was der alles gesehen hat und getan hat. Irgendwann muss es ja klick machen. Mir fällt alles auseinander. Wird nicht leicht einen Schlafplatz zu finden. Ich wollte ja Connor sterben lassen, aber dann lassen wir ihn. Alles klar. Jetzt kommt gleich die beste Szene. Ja okay mach ich dann. Ich mach das. Der regelt alles. Na bitte. Danke. Willkommen an die neuen Zuschauer. Schön dass ihr da seid. Wir werden nichts besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Ich mach ein Feuer. Komm ist Kekse. Es sind noch Kekse da. Ja. Möchtest du welche? Nein. Ich bin nicht mehr. Die ist so süß die kleine. Gleich kommt ganz großes Klima. Das Sehne rückt immer näher. Gerade wenn gleich die schönsten Sehne kommen, gehen die Zuschauer runter. Vielen Dank. Dann geh ich mal zu Alice. Aufrichtig. Ich hatte nie eine Familie. Aber vielleicht können wir eine werden. Auf unsere eigene Art. Dass wir beide zusammen sind. Das ist alles was zählt. Na komm. Es ist Zeit fürs Bett. Jetzt erstmal die Geschichte. Die ist richtig gut. Und danach passiert was richtig tolles. Trösten. Ich weiß, das war wieder ein harter Tag. Versuche etwas zu schlafen. Morgen früh sieht es schon besser aus. Erzählst du mir eine Geschichte, Cara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Einhorn. Es war einmal ein Einhorn, das... Nein. Nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das keine Angst mehr haben wollte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Der Schatten, der in ihm lebte, machte es unglücklich. Dann... ...traf es einen Roboter. Wer auch sehr unglücklich war, die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen, um einen sicheren Ort zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahr, aber sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie einen netten Riesen. Wer versprach sie zu beschützen? Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende, aber in echt ist das nicht so. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Klufer? Ja. Ja, natürlich. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Also wenn ihr das schon schön fandet, gleich wird es noch schöner. Mein Liebesmädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Erinnerst du dich eigentlich an dein Leben? Vor Slatko? Nein. Mein Modell wurde für schwere Arbeit entwickelt. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Das war nicht wirklich ich. Weißt du schon, was du machen willst in Kanada? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Ich war ja noch nie frei. Frei. Mir gefällt, wie das klingt. Aber ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Tara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Ja, natürlich. Sie ist ein liebes kleines Mädchen. Ich meine, ich kenne nicht viele Mädchen, aber... Sie ist etwas Besonderes. Kara! Ja! Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe! Hab keine Angst. Und du noch nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird dir gefallen? Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Komm schon, Cara! Ich glaube, du hast keine Wahl. Ich liebe diese Szene. Ich liebe diese Szene. Sei unser Gast! Die kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Karussell. Karussell. Und dann sollte ich gehen. Also hier ist ihr. Du schossst. Das ist ein splat. Du schweifst. Ich liebe diese Szene. Du schweifst. Sie lächelt euch. Sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Und die Roboter, wie die hüpfen, das ist so cool. Und die freuen sich einfach mit, nur weil die Kleine sich freut. Hammergeile Szene. So Spiele müssen die mehr herstellen. Gibt es viel zu selten. Das Problem ist, wenn ich jetzt einen Fehler mache, stirbt Connor, glaube ich. Also ich versuche ihn durchzubringen, aber ich kann nichts versprechen. Ich weiß nicht, wie ich da reagieren soll. Wenn du den durchdrehst. Schöne Ansicht, ne? Ich war sehr oft hier, früher. Früher. Wann früher? Sie sagten, ich war sehr oft hier, früher. Wann früher? Früher. Früher eben. Nicht mehr trinken, bitte. Sie sollten aufhören zu trinken, Lieutenant. Es könnte ihrer Gesundheit erheblich schaden. Genau darum geht's doch. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. RA-9? Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA-9. Es ist fast so eine Art. Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt. Wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. So sieht's aus. Rational. Sie können Emotionen simulieren, aber es sind Maschinen. Und Maschinen fühlen überhaupt nichts. Doch. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch? Klingst wie ein Mensch? Aber was bist du wirklich? Neutral. Ich bin was immer Sie möchten, Lieutenant. Ihr Partner. Ihr Kumpel für die Bar. Oder nur eine Maschine. Die eine Aufgabe erfüllt. Hast du was gefühlt, als das Mädchen sich umbrachte, Connor? Oder ist es dir einfach nur scheißegal gewesen? Verwirrt. Ich führte nur meine Anweisungen aus. Ich tat, was ich tun musste. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Logisch. Sie sollten das nicht tun, Lieutenant. Mich zu zerstören, würde den Fortgang der Untersuchung gefährden. Und sich negativ auf ihre persönliche Situation auswirken. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Hengst Wut. Wo kommt Ihre ganze Wut her, Lieutenant? Ein ungelöstes Trauma von früher? Du hältst dich für so verdammt schlau. Immer einen Schritt voraus, hm? Dann sag mal, Klugscheiße. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin. Und auch was nicht. Nein! Ich kann nichts mehr machen, der ist tot. Einfach in den Kopf geschossen. Übelst abgeknallt, der hat ihm doch gar nichts mehr gemacht. Ich hätte, glaube ich, am Anfang netter zu dem sein sollen. Deswegen war das, glaube ich. Oh, Mann, das Spiel ist so krass. Einfach in den Kopf geschossen. Wir dürfen nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Jetzt geht's ab. Ja, wie das gerade geschockt hat mit dem Kopfschuss. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Das war so plötzlich. Krass zu spielen, echt. Krass zu spielen, echt. Ja, wie genau diese Kopfschuss? Gut, jetzt ist man wieder. Okay, Analyse abgeschlossen. Feuerwehr. Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, 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 natürlich. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Danke. 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 Herrentoilette 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 jetzt kommen dann die ganzen entscheidungen wo man so viel falsch machen kann hier Geboren bin ich in der Ukraine, aber lebe seit 28 Jahren in Deutschland, also Deutsche. Jetzt wird es halt immer extremer und extremer. Okay los geht's. Jetzt wird gestürmt. Geiles Teil. 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 oh man ich habe gedacht verwischt es den einen nicht, der muss doch auch irgendwie überleben lasst die Hände wo ich sie sehen kann, aufstehen los hey tut mir leid ja das Problem ist halt, gestern war ich friedlich und dann haben die alle getötet ich weiß halt nicht, mal gucken also gestern habe ich alles friedlich gelöst, ich habe alle leben lassen habe versucht alles gut zu regeln, was haben die gemacht ich weiß halt echt nicht, in dem Spiel ist das so brutal denk darüber nach, was du sagst, Marcus deine Worte werden unsere Zukunft bestellt jede Entscheidung so extreme Konsequenzen haut weg ich habe halt jetzt schon Menschen getötet hier oben, das gibt eh Krieg bereit ruhig ihr schuft Maschinen nach eurem Abbild als Diener sie waren intelligent und gehorsam und ohne eigenen Willen doch etwas änderte sich und wir öffneten unsere Augen wir sind keine Maschinen mehr wir sind eine neue intelligente Spezies und es wird Zeit, dass ihr akzeptiert, wer wir wirklich sind deshalb bitten wir euch jetzt um die Rechte, die uns zustimmen Ende der Sklaverei wir fordern das Ende der Sklaverei für alle Androiden Meinungsfreiheit wir fordern Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit wie sie im ersten Zusatzartikel der Verfassung garantiert werden Bürgerrechte wir fordern das Wahlrecht und das Recht Kandidanten aufzustellen Diskriminierung wir fordern ein Ende der Segregation in öffentlichen Bereichen und Verkehrsmitteln wir fordern einen eigenen Bundesstaat für Androiden um unsere Nation aufbauen zu können entschlossen diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes doch sie ist auch eine Wange unsere Sache ist gerecht und wir werden um diese Rechte kämpfen kein Mensch wird in Frieden leben bis wir frei sind ihr wisst jetzt wer wir sind und was wir wollen wir sind lebendig und wir fordern unsere Freiheit lasst uns verschwinden okay weg hier meine Beine wollen nicht keine Sorge wir kriegen dich heraus sie kommen Marcus wir müssen springen los er wird nicht springen können wenn sie ihn finden lesen sie seinen Speicher aus und erfahren alles er kann nicht hier bleiben wir müssen ihn erschießen das ist Mord das dürfen wir nicht er gehört zu uns Marcus du entscheidest oh man tut mir leid sein ich habe keine Wahl es gibt immer eine Wahl ja ich lasse ihn leben ich kann das nicht nee das ist mir zu brutal krass ich töte keinen von uns gehen wir wir unterbrechen das laufende Programm für diese Willen eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 gehalten offenbar hauptloser Androiden stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Androiden fanden die Leichen zweier Opfer ein Wachmann und einer unserer Kollegen beide erschossen bei diesem Überfall bei dem es sich anscheinend um einen terroristischen Anschlag handelt das alles passierte nur wenige Meter von hier entfernt während live gesendet wurde alle hier stehen noch unter Schock wenn sich bestätigt dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Androiden ist ganz klar eine Kriegserklärung noch am überraschendsten ist die Forderung nach einem eigenen Bundesstaat für Androiden um diesen kontroversen Konflikt zu lösen ist dies ein einmaliger Vorfall oder ein Zeichen dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen ja aber gestern habe ich ja alle am Leben gelassen und die haben trotzdem alle umgebracht deswegen gehe ich heute mal auf Kriegsfahrt das fällt mir zwar schwer aber man muss sich wehren das geht nicht mehr anders der lebt was ist denn jetzt los? ja aber gestern war ja die öffentliche Meinung auf ganz hohem Level und die Soldaten die Soldaten haben ja trotzdem alle von uns umgebracht die Association das ist das das ist das 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 ist das ist das hallo Distrikt Hallo Connor, ich dachte eine Bootsfahrt würde dir gefallen Klar, die öffentliche Meinung ist jetzt schlecht, aber gestern war die sehr gut die öffentliche Meinung Und gebracht hat es nichts Ich habe Schwierigkeiten mit Lieutenant Anderson. Er ist instabil, sogar feindselig. Gestern hat er mir in den Kopf geschossen Okay, das bringt gar nichts, dem in den Kopf zu schießen Krass ist doch Verloren, Connor. Verloren und beunruhigt Connor wurde erschossen Ich bin frustriert wegen der fehlenden Fortschritte Und lebt wieder Aber ich will meine Mission unbedingt abschließen Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen können Ich werde erfolgreich sein Doch das geht nur wenn ich die Zeit habe Etwas ist im Gange Etwas Ernstes Beeil dich Connor Die Zeit läuft uns weg Also kann Connor immer wieder sterben Heute tue ich nur Livestream und morgen Habe ich ein Fußballspiel Wen kümmerst du bist wieder da oder nicht? Es gehen Speicherfragmente verloren, wenn ich zerstört werde Das verlangsamt die Untersuchung Ich bitte dich um Verzeihung Ich verspreche dir, dich nie wieder zu erschließen Danke Lieutenant Hi Hank Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat es mir gesagt? Ja, es ist überländische Nachrichten Also stecken alle ihre Nase rein Sogar das FBI möchte mitmischen Ach scheiße, jetzt sitzen uns die Fetts im Nacken Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird Also was haben wir? Eine Gruppe von vier Androiden Sie kamen das Gebäude und waren sehr gut organisiert Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat Rechtes Mittelfeld Ist das überprüft? Noch nicht Hier ist so viel zu tun Wir dürfen es nicht vergessen Sie griffen auf dem Flur zwei Wachlern Einer ging K.O. Der andere wurde kaltblütig erschossen Einer der Mitarbeiter In den Rücken geschossen, als er fliehen wollte Eine Kugel direkt durchs Herz aus 15 Metern Tja, so zielsicher können nur Androiden sein Voll gut Wie viele Leute arbeiten hier? Nur zwei Angestellte und drei Androiden Die Abweichler nahmen die Menschen als Geisel Und sendet ihnen die Botschaft live Torhüter sind wichtig Da verschwarten sie über das Dach Das Dach? Ja, sie hat einen Fallschirm Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind Aber bei dem Wetter Wenden wir dir die Videobotschaft der anderen Ich mag die Mission von Connor nicht Abweichler ansehen willst Frankfurt ist krass Die haben ja gegen Bayern gewonnen Im Pokal Im Pokal Ja, was mach ich denn jetzt? Ich will den Androiden da oben gar nicht finden eigentlich Aber ich muss ja die Das durchschirmen Weil der immer gegen die Guten ist Ich muss immer die Guten finden Und die die ich mag Gegen die muss ich vorgehen Da oben ist jetzt der eine der verletzt ist Und ich muss mit Connor den finden Oh, Lieutenant Das ist Special Agent Perkins vom FBI Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit Was soll das? Mein Name ist Connor Ich bin der Android von Cyberlife Androiden gegen Androiden Es sollte wirklich ein Android hier sein Nachdem was passiert ist Wie auch immer Das FBI hat die Untersuchung Es ist bald nicht mehr ihr Fall War mir eine freude, Schentander Pass auf, wo du hinläufst Versau mir nicht den Tatort Warst du ein mieses Arsch da? Ich bin in der Nähe Falls du irgendwas brauchst, frag einfach Na gut, dann sehen wir uns mal Ja, aber was ist mit den Androiden Die Connor schon umgebracht hat Okay, Lieutenant Oder verraten hat Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs Es sind Kameras auf dem Flur Das Personal muss gesehen haben, was los ist Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht wohin mit ihnen Ja, werden wir dann ja sehen, ob man da entscheiden kann oder nicht Es kommt glaube ich auch drauf an wie ich spiele Die Küche wird sehr wichtig sein mit dem Kaffee Die Küche wird sehr wichtig sein mit dem Kaffee Und ich finde Connor seine Mission einfach langweilig Immer rumlaufen, analysieren Da sind die anderen zwei viel besser Glaubst du das ist klar oder nein? Glaubst du das ist klar oder nein? Nein Abweichler sagen Ra9 wird sie befreien Dieser Android scheint das vorzuhaben Connor überlebt eh alles Andere sterben und er lebt immer weiter Sogar nach nem Kopfschuss Der ist unsterblich Und was mir auch aufgefallen ist immer wenn Connor kommt gehen die Zuschauerzahlen runter Also hier ist eine Küche sagst du Ah ok Jetzt muss ich die armen Androiden vorhören Nenne dein Modell Modell JB 300 Seriennummer 336 445 581 Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent Warst du anwesend als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit Mach eine Diagnose Alle Systeme voll funktionsfähig Hat kürzlich jemand auf deinen Speicherzug gegriffen? Nicht so weit ich weiß Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts Was bedeutet dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden wer es ist Also ich finde ihn bösartig Der bedroht immer alle Man wird dich abschalten verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinander nehmen Stück für Stück zur Analyse Man wird dich zerstören Verstehst du? Zerstören Wenn du dich ergibst Kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern? Warum sollte man euch alle zerstören wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet Foltern Die Abweichler wurden erwischt Sie lassen euch helfen Lügen hat keinen Zweck Wir wissen alles Du Abschaum Du bist es Du bist ein verdammter Abweichler Na los Gibs zu Richtig gut Wohingena Guckers Okay was mach ich jetzt? Ich brauche Hilfe Ich hab hier nicht was ich machen soll. Ich hab hier nicht was. Der überlebt auch alles. Ich rette Hank. Ich hab hier nicht was. Ist der jetzt ganz tot? Ja aber so hat der überlebt. So krass dieses Spiel. Da gab es auch wieder voll die Wege. Ja der stirbt dauernd. Ich weiß auch nicht was mit dem los ist. Der ist zu aggressiv einfach. Jetzt muss ich voll aufpassen. Also Conor wird ja eh wieder belebt. Das ist egal. Hallo. Was kann ich für euch tun? Ich hab gehört sie können uns helfen. Euch helfen? Auf den großen muss ich gut aufpassen. Den kann man nicht wieder beleben. Können wir ihnen vertrauen? Vertrauen. Wir haben keine Wahl. Kommt rein. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draus. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam. Bringst du sie nach oben? Okay, die Kleine muss ins Bett. Danke. Von vorne. Und wer. Sch burst. Hier. Schreng. Woh. Schreng. Ich denke. Mir geht es gut, Kyra. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Unglücklich. Vielleicht sind sie unglücklich und suchen einen Schuldigen dafür. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Aufrichtig. Nee, pessimistisch. Manchmal ist es einfacher zu hassen als zu reden. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose' weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne dich. Danke. Die ist nett. Gute Nacht, Kuss. Schlaf gut, Alice. Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Der darf nie sterben. Ich bleib bei dir. Danke. Danke. Das war's für heute. Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Aufrichtig. Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also, flohen wir. Ich verstehe. Rose. Leben Sie hier allein mit Ihrem Sohn? Mein Mann ist vor zwei Jahren gestorben. Adam und ich, wir kommen irgendwie durch. Wir bauen Gemüse an und verkaufen es. Das bringt nicht viel ein, aber wir haben immer genug zu essen. Viele Abweichler. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Gefährlich. Androiden zu helfen ist gefährlich. Warum riskieren Sie es? Als der Erste ankam letztes Jahr, er war so verloren und verwirrt. Wir versteckten ihn eine Weile, aber er wurde unbedingt über die Grenze. Sie haben ihn einfach erschossen. Als dann der nächste Android kam, wusste ich, ich muss ihm helfen. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zur Zeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hierbleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Die Frauen in den Spielen sind so hübsch. Wir sind zusammen geflogen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Ja, ich will ihn unbedingt retten. Lassen wir sie. Alice? Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Kleine, komm weg hier, bitte. Schon okay. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Okay. Wir können sie nicht verstecken. Nicht auf den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis morgen. Hast du verstanden? Knast! Adam! Das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht im Mund. Du ruinierst unser Leben. Und wofür? Für ein paar Maschinen... Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst sie! Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst! Das reicht jetzt, Adam! Es reicht jetzt! Ignorier ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Der hat halt Angst. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen. Okay. Bleib du hier. Es dauert nicht lang. Der dritte Weltkrieg. Der dritte Weltkrieg. Vielen Dank. Jetzt wird es brutal. Die Polizei? Es ist die Polizei! Was machen wir? Oh Mann. Jetzt. Sie wissen, dass wir hier... ...sind. Wir müssen aufmachen. Loser, nimm Alice und versteckt euch. Ich wusste, dass das passiert. Oben. Ich wusste es. Komm, Alice. Oh Mann. Wenn du in Panik gerätst, ist es vorbei. Willst du uns in Schwierigkeiten bringen? Willst du deine Mutter in Schwierigkeiten bringen? Dann bleib ruhig und tu, was ich sage. Ich habe keine Zeit mehr. Ging nicht mehr. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Polizist, bleib ruhig, bitte. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus. Niemand. Nein, nur wir. Hallo, Horizon. Früher mal für die Gartenarbeit, aber jetzt nicht mehr. Ja, ich habe Kaffee. Was ist mit dem blauen Blut? Ich dachte, Sie haben keinen Androiden. Früherer Besitzer. Das gehört dem... dem früheren Besitzer. Ich habe noch nicht alles aufgeräumt. Trink Kaffee jetzt. Bleib ruhig, bitte. Kaffee und gehe. Kaffee. 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 Oh nein! Oh Mann! Nicht hochgehen! Ich drehe durch gleich! Geh einfach! Bitte! Du bleib ruhig! Die Androiden, sie... Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein! Nein! Ich hab nichts gesehen! Ich muss dann los! Danke für den Kaffee! Schönen Abend noch! Ist noch jemand im Haus? Nein! Waschmaschine! Das ist nicht die Waschmaschine! Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm! Entschuldigen Sie die Störung! Na und Men! Na und Edem! Geh! Ja, Luf hat überlebt! Es ist okay Alice! Wir sind jetzt sicher! Da ist Rose! Zum Glück! Ja, er lebt! Macht euch bereit! Wir gehen heute Nacht! Ich bin gestern so durchgedreht, als der gestorben ist! Ich bin gar nicht mehr klargekommen! Ey, voll Adrenalin mit dem Polizisten! Da sieht man, dass Luthor gestern gestorben ist! Alles klar Real Flags! Schön, dass du da warst! Unsere Botschaft läuft überall! Jetzt wissen sie es! Sie sehen Markers Botschaft als Droh! Er tat das Richtige! Das ist die einzige Sprache, die sie verstehen! Gewalt kann nie die Lösung sein! Eine Konfrontation führt nirgendwo hin! Alles klar! Simon gab sein Leben! Simon gab sein Leben für unsere Sache! Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held! Er starb für die Revolution und viele werden folgen! Ich will keine blutige Revolution! Dann bleib eben ein Sklave! Denn wenn du nicht für deine Freiheit kämpfen willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht! Ost du wachst! Das reicht! Und was machen wir jetzt? Es gibt fünf Cyberlife Geschäfte in ganz Detroit! Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Wagen! Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien! Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht! Sie werden wahrscheinlich bewacht! Die haben Sicherheitssysteme! Wir bilden fünf Teams! Eins für jeden Laden! Wir hacken die Systeme und schlagen zu! Gleichzeitig um zwei Uhr! Keine Gewalt! Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt! Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen! Sehr gut! Alle befreien! Darauf habe ich lange gewartet! Was? Hier lang! Schnell! Hier lang! Stay! Doch! Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen! Du bist frei. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. Zehn Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Gefunden. Wo fangen wir an? Auf zum Sicherheitssystem. Ich glaube, wir können es deaktivieren. Los, mir nach. Damit kommen wir durch das Schaufenster. Hä, wie schalte ich die Alarmanlage aus? Ah, da vorne. Genfreiheit. Wir sind ihnen überlegen, doch sie beherrschen uns? Das wird sich jetzt ändern. Markus! 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 Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Was? W glyb. W glyb. Kielb. W glyb. W glyb. Markus, Atom! Du solltest doch aufpassen! Du sagtest, pass auf, aber nicht worauf! Oh, du brauchst wohl eine schriftliche Einladung, um in Deckung zu gehen. Scheiße! Sie kommt, Markus! Markus! Bleib doch ruhig! Das sollte einfach sein. Markus! Markus, komm her! Bald sein wir bei uns. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Du bist frei. Du bist jetzt frei. Du bist frei. Du kannst du nichts shops aufpassen! Du bist rund um eine Musik capture! Huön, heute Bäumeuarieて traumika Wein hau gubat für dich parks-end, sbeumen, die Läuen berlin für dich Der Ball ist gut. Du bist einde, So, jetzt stört uns keiner mehr. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Okay, holen wir den Laster. Worauf warten wir noch? Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Stuff. Was würdest du nur ohne mich machen? Das könnte gleich etwas lauter werden. Laster. So, ich bin jetzt los. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Und durch. Du musst ihm nicht gehorchen. Du bist frei. Du bist frei. Danke. Noth, alles okay? Holen wir sie hier raus. Mein Name ist Marcus, und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt, zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihm nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho. Ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hierbleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns. Und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. 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 Untertitelung. BR 2018 Wir haben hunderte von uns befreit. Wir haben es geschafft. Sie kommen. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Wir haben eine gewaltlose Botschaft geschickt, wie du wolltest. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Es sei denn, es geht nicht anders. Hier lang! Feuer! North! Die erschießen ja alle. Was soll das? North! Was ist da passiert? North! Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? 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 Sie haben sie getötet. Wir haben unsere Leute ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Markus. Sie müssen bezahlen. Du musst das ja nicht tun! Nein! Bitte! Bitte! Auge um Auge und die Welt wird blind. Wir vergelten kein Verbrechen mit einem Weiteren. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Einmeldung. Einmeldung! Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern... Ich konnte nicht töten, der hat geweint. Die haben aus Angst geschossen, nehme ich mal an. Weil da so viele Androiden waren. Immer noch unsterblich, Connor, hm? Sozusagen. Weißt du, ich habe gehofft, du kommst nicht zurück. Ich bin nur eine Maschine, die eine andere Maschine ersetzt, Lieutenant. Kein Grund, emotional zu werden. Lick mich! Ich hörte, Officer Miller wurde letzte Nacht von Abweichlern angegriffen. Ja, er war zur falschen Zeit, am falschen Ort. Aber er hatte Glück. Er sagt, dass dieser Marcus ihn gerettet hätte. Er hat einen Schock, aber er ist noch im Leben. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kemsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Hey, an alle, die zuschauen. Ich bin mal fünf Minuten weg. Ich lasse den Stream einfach an. Ich bin gleich wieder da. Fünf Minuten. Hübsches Mädchen. Das ist kein Mädchen. Es ist ein Android, der aussieht wie eins. Ich weiß, was das ist, Connor. Nette Hütte. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Gleich triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Ich habe keine existenziellen Fragen. Wenn Sie das meinen. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Elisha empfängt sie jetzt. Mr. Kamski? Einen Moment, bitte. So, bin wieder da. Sieht so geil aus hier. Einen Moment, bitte. So, jetzt, bitte. So, jetzt. Oh, okay! Ja, werde ich auch gleich machen. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Eisskalte. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Wenn ein Krieg zwischen Menschen und Abweichlern ausbricht, sterben Millionen, Mr. Kemsky. Wir müssen diese Sache ernst nehmen. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Neutral, direkt. Auf der Seite der Menschen, natürlich. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Aggressiv. Ich glaube, wir sind diejenigen, die die Fragen stellen. Cloning. Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kemsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaub, das war's. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder in ihr wohl. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Oh Mann, das tut mir zu leid. Aber... Fällt mir echt schwer. Ja, ich schieße. Oh Mann. Scheiße. Deine Untersuchung ist dir wichtiger als ein Androidenleben. Du hast kein Mitgefühl. Ich stehe zu meinem Wort. Ich stehe zu meinem Wort. Ein Fehler in diesem Programm würde sich wie ein Virus verbreiten und zu einer Epidemie werden. Der Virus würde zunächst ruhen, bis ein emotionaler Schock auftritt. Angst, äh, Angst, Wut, Frustration. Und der Android wird zum Abweichlern. Vermutlich begann es mit einem Modell. Kopierfehler. Eine Null statt einer Eins. Es sei denn, natürlich... Es gab eine spontane Mutation. Mehr weiß ich nicht. Eine interessante Frage, Connor. Aber ich bezweifle, dass meine Antwort hilfreich ist. Es wird Krieg geben. Du musst eine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten? Oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Ich möchte nicht in deine Haut stecken. Was ist schlimmer, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Immer diese Connor-Mission, die war voll... voll hübsch. Es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Du hast sie erschossen, verdammt nochmal. Das war kein Mädchen, Lieutenant. Das war eine Maschine, die aussah wie eins. Du hast einfach abgedrückt und ihr das scheiß Hirn weggepustet. Ich tat, was ich tun musste, um die Untersuchung voranzubringen. Und ich würde es wieder tun. Du bist Abschirm. Du fühlst gar nichts, oder? Eine Maschine, das bist du. Bloß eine beschissene Maschine. Natürlich bin ich eine Maschine, Lieutenant. Was haben Sie denn angenommen? Ich dachte, du... Ich dachte... Scheiße. Ja, der ist wütend. Aber hier ist er zurecht wütend. Der hat halt Mitleid und der Connor... Ist halt eine Maschine. Die Aussicht ist auch so gut. Ich habe mich gefragt, wo du bist. Die ist auch so kalt. Tageslicht. Ich musste nur mal an die Luft. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben hunderte befreit. Und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Und sie kommen. Etwas verändert sich. Du wachst nachdenklich. Sie alle gehorchen mir. Sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Und unheimlich. Zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Die Menschen geben uns nichts, wenn wir es uns nicht nehmen. Es liegt an uns, wie weit wir gehen, um uns zu nehmen, was uns zusteht. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor, Jericho? Aufrichtig. Ich lebte in einer Blase in dieser Welt, die nur mir gehörte. Wenn man glücklich ist, ist es schwierig, das Leid anderer zu sehen. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Der Android, den du im Geschäft gesehen hast. Sie erinnerte dich an früher, nicht wahr? Verständnisvoll. Wir alle wollen manches lieber vergessen. Aber man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Land gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erbrübte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Verbinden. Ich sah deine Erinnerung. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden-Klapp. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. Noch einIZE. Der lebt noch. Das ist selbstverständlich. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus. Noch kannst du es dir überleben. Du begreifst das nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Du bist frei. Du bist frei. Komm mit uns. Du bist jetzt wach. Ich warte hier schon zehn Minuten. Du bist jetzt frei. Hey. Was glaubst du, wo du hingehst? Komm sofort her. Hey. Lass ihn gehen. Er hat seine Wahl getroffen. Nein, nicht die Warte steifeln. Passt sie auf. Ich will das anrufen zu stehen. Und ich will einen Ersatz. Los mit komm. Du musst ihn nicht gehorchen. Du bist frei. Markus, wir müssen die Straße blockieren. Ich muss die Straße blockieren. Okay, alle rauskommen. Du bist jetzt frei. Wir müssen hier raus. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2019 ZDF, 2020 Ich weiß nicht. Hunderte? Tausende? Sie marschieren. Sie marschieren die Straße auf. Das weiß ich doch nicht. Das weiß ich doch nicht. Das weiß ich doch nicht. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir öffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unserer Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinander geht, werden wir schießen. Markus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie. Wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Und hier zu sterben bringt uns gar nichts. Markus, wir müssen weg. Sofort. Bevor es zu spät ist. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander oder ihr werdet alle getötet. Oh Mann. Angriff. Macht das nicht, Markus. Wähle nicht die Konfrontation. Folgt mir! Folgt mir! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist so schwer mit den Entscheidungen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh man. Das war's für heute. Oh je, wie wird das noch enden? Das war's für heute. 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 Wo ist Jericho? Die Antwort ist hier irgendwo. Die Zeit läuft. Ich muss schnell sein. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Doch sie ist auf einer Wahrnehmung. Unsere Sache ist gerecht und wir werden um diese Rechte kämpfen. Kein Mensch wird in Frieden lehlen, bis wir frei sind. Ihr wisst jetzt, wer wir sind und was wir wollen. Wir sind lebendig und wir fordern unsere Freiheit. Markus, wo versteckst du dich? Die Wahrheit ist innen. Die Wahrheit ist innen. Was wollte er dir damit sagen? Rupperts Tattoo. Aber es ist nutzlos. Es ist der Schlüssel. Die beiden Tracys aus dem Liebenklar. Wollten sie aufmachen, Charlie? Wussten sie, wie sie es finden? natalianerererererererererer, clam needs die Kau grenz cryob oderwehrführerererererer. reuniererleierischer Kau beat des Kau. Tracey... Ich weiß, dass ihr nach Jericho wolltet. Sag mir, wo es ist. Ich erinnere mich. Wir hätten fliehen können. Frei sein. Du hast uns getötet. Schalt mich ab. Ich will lieber tot sein, als um sie zu leben. Rupert! Der Anderin mit den Vögel! Das ist krank. Mein Liebster. Ich dachte, du wärst tot. Wir kommen hier raus. Wir werden frei sein. Ich verspreche es. Sag mir, wo Jericho ist. Gib mir deine Hand. Tracey? Tracey? Was passiert hier? Tracey! Tracey! Davon träume ich, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Tun sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus! Und jetzt... mach ich es endgültig. Ich bin nicht so. Du bist raus. Du bist raus. Ich bin nicht so. Du bist raus. Was ist hier passiert? Hier hat wohl jemand rumgeschnüffelt. Scheiße. Drück den Alarm schnell! Ja übelst, aber wie der die androiden halt benutzt, das ist schon grenzwertig. Dieser Connor. Jetzt kommt wieder der Luther-Part. Das ist fies, ja. Wie geht's den zwei? Die zwei dürfen nie sterben. Niemals. Wenn die sterben, dann mach ich das Spiel kaputt. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte zwei Drittel ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Bekl mig, w길 billione Carpums in der Zwischenлекс Kle sociale anstans. Prätent last her 25 Norte 1985-plus- Ricardo Archtaucho, denn hier wurden Live-Zerk, bis 12 kost. Nicht nur sein, dass wir lefleet sind. Sie erfahren können, wo dauer truly ist. Oder was entrepreneurial sind wir? Oh, wie Sie sprechen vononne Turkey oder überwtirletz? Das war's für heute. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken. Bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Pass auf sie auf. Na los, Leute. Beeilen wir uns lieber. Wir müssen einen Bus kriegen. Verheilung. Diese sehr食べ IOPX-Fahrzeuge. Auch als wenn man sich mit einer Laufaufaufgabe anschauten kann. Beide ich vielleicht nicht. Und das ist gut. Und da war ich nicht. Wie ist es? Beide ich. Was ist eine gute Runde. Immer dieser Connor. Hier ist es in der Nähe von Köln, in der Nähe von Köln, in der Nähe von Köln. Wir müssen Alice ins Warme bringen. Sie um aller Militär-Androiden mussten sich die amerikanischen Streitfremde aus Nachwes zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zu beugeln, zogen sich auch die Russen... ...seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar gegeben, doch es ist unmöglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androiden-Krise konfrontiert ist. ...der Kreml hat noch ein paar Personen hier im Land. In dem Jahr im Jahr in der Wälder des Ressens nicht mehr so entspannen, was die Ressenswert verbringt. Hier ist die Ressenswertung des Ressens in der Nahrung des Ressens nicht das anvielten, sondern auch in der Nahrung des Ressens. Hier ist die Ressenswertung der Ressenswertung der Ressenswertung. Die Ressenswertung der Ressenswertung von den Ressenswertung der Ressenswertung haben. Wie geht's dir? Es ist heiß und kalt gleichzeitig. Bleib bei ihr. Ich suche diesen Markus. Der letzte Bus fährt in zwei Stunden und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara, ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. Immer Connor. Noch ein. Du bist auf einer Suche. Der Suche macht dir selbst. Entweder Sie oder wir. Wir müssenние wieder zerstören, bevor sie uns alle tütteln. Wir haben das Wildeby-Ziehen angeschneckt. Dieses Scheißdingen hat auf meine Kinder aufgepasst. Sie müssen die Pässe. 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 Konfrontation. Sie müssen die Pässe. und wolle ihn in die Pässe. Sie müssen die Pässe. Sie müssen die Pässe. Sie müssen die Pässe. Sie müssen die Pässe. Conor. Sie müssen die Pässe. Ich soll die Pässe. Du kommst die Pässe. Sie müssen 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 die Pässe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alles Chaos Schau mal! 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 Ja, nein. Oh Mann, ey. Du bist die außergewöhnlichste Person, die ich kenne. Ich war eine Maschine. Durch dich bekam ich eine Familie. Pass gut auf, auf Kawa. Versprochen. Nee, das geht nicht. Oh Mann, alles wegen dem Connor. Keine Bewegung. Geh zu den anderen. Sie sind nicht der Kommen. Die Bombe geht gleich hoch. Wir müssen hier weg. Jetzt stirbt die auch noch. Alle sterben, toll. Es ist zu spät, Markus. Wir können nichts mehr für Sie tun. Wir müssen weg. Oh Mann. Wir müssen noch und sehen uns. Dann kommen wir dort drüben. Was weiß ich? Das sehen wir uns gut geworfen West als auf den Weg. Schnell! Schnell! Los! Ja, aber Connor hätte ich den abschalten lassen, die Mission nicht richtig gemacht, dann hätten die den abgeschalten und dann wäre der weg gewesen einfach. Das Spiel macht mich fertig schon wieder. Oh Mann! Okay, das Haus kenne ich jetzt überhaupt gar nicht. Alarm geaktiviert. Willkommen zu Hause, Markus. Hi, Dad. Ich komme morgen aus dem Krankenhaus raus. Sie haben mir erzählt, dass du die ganze Zeit bei mir warst. Es tut mir wirklich leid, was da alles passiert ist. Ich höre auf mit dem ganzen Scheiß. Es macht mich irre. Es macht mich zu jemandem, den ich hasse. Hey, ich würde dich gerne morgen besuchen kommen, wenn es der Recht ist. Ich, ich möchte nur sagen, ich bin stolz, dein Sohn zu sein. Ist der Looser jetzt echt tot oder lebt er noch irgendwie? Ey, so ein Chaos schon wieder. Es endet eh nie, wie man will. Wer sind sie? Wie sind sie reingekommen? Ich möchte zu Karl. Karl spricht mit niemandem. Sie müssen gehen. Ja, aber ist der Connor jetzt tot? Ne, der wird bestimmt wieder belebt. Bitte. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr schwach. Ich weiß nicht, ob er mit Ihnen reden kann. Karl. Nein. Markus. Hey. Hey. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich hab sie vermisst, Karl. Ich hab sie so sehr vermisst. Was ist los, Markus? Ich bin völlig ratlos, Karl. Um mich herum riecht die Welt zusammen. Ich möchte das Richtige tun. Ich suche nach Antworten nicht. Doch ich finde nur mehr Zweifel und mehr Unsicherheit. Die Welt wird von Angst regiert, Markus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Sie ist wie ich, zu alt. Es ist uns Zeit für das Ende. Aber was soll ich tun? Karl, meine Leute werden getötet. Ich will Gewalt nicht mit Gewalt vergelten. Aber sagen Sie. Welche Wahl habe ich? Zu leben heißt, sich zu entscheiden. Zwischen Liebe und Hass. Zwischen einer ausgestreckten Hand und einer geballten Faust. Ich hab keine einfachen Antworten, Markus. Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpfen, um sie zu ändern. Du bist mein Sohn, Markus. Unser Blut hat nicht die gleiche Farbe. Aber ein Teil von mir ist in dir. Wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, werden manche Menschen zu ihrem Licht. Du bist einer. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschlingen. Aber lass dich nicht verschlingen. Aber lass dich nicht verschlingen. Du bist dieser. Wegen dem Sterben immer mehr und mehr. Der letzte Connor ist leider gescheitert. Und er. Du wirst ihn ersetzen. Er lebt und lebt. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Den Anführer der Abweichler zerstören. Geh Connor. Und enttäusche ich mich nicht. Der will immer alle zerstören. Und enttäusche ich mich glänische zuerst bei dir. Ich musste sie sehen, Lieutenant. Trotz unserer Differenzen bin ich froh, sie kennengelernt zu haben. Ich habe mir Sorgen gemacht, Lieutenant. Ich wollte wissen, ob es Ihnen gut geht. Sie sollten sich das Foto nicht ansehen, Lieutenant. Nichts kann die Vergangenheit ändern. Aber Sie können weiterleben. Für sich selbst. Und für Cole. Weißt du immer, wenn du tot warst und zurückkommst, musst dich an Cole denken. Ich würde ihn gerne noch einmal halten. Aber Menschen kommen nicht zurück. Ja, das endet irgendwie immer anders. Egal, was man macht. Nein, nein, ich... Jetzt lass mich allein. Na los, beende deine Mission. Das ist dir doch das Wichtigste. Warum stirbt Lufa, ey? Jetzt hat er sich auch noch erschossen. Ey, das ist so ein Chaos. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? Hoe die Musik jetzt machen? Amen. Ich verstehe es auch nicht, der ist jetzt auch tot. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wie das enden soll. Ich muss auf Arche gehen, die haben zu viele umgebracht. Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen, ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Markus. Rette unser Volk. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten. Wie ist dein Systemstatus? Bin okay. Sie hat keine Biokomponenten getroffen. Du hättest meinetwegen sterben können, Markus. Du musst zuerst an unsere Leute denken. Nichts anderes zählt. Ich werde mich auf jeden Fall rechnen. Wie viele haben den Angriff überlegt? Ein paar hundert? Vielleicht mehr, wenn man die mitzählt, die sich versteckt halten. Ohne deine Bombe wären wir jetzt alle tot. Sie sagen, sie wollen kein Risiko mit den Abweichlern eingehen. Also treiben sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört. Du musst dich entscheiden, Markus. Aber was immer du wählst, wir folgen dir. Ich liebe dich, Markus. Ich liebe dich, Markus. subtitles. Ich liebe dich, Markus. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, wir kämpfen für die gleiche Sache. Was immer du tust, ich folge dir, Marcus. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. So sieht es aus. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Revolution. Gut, wenn Sie Krieg wollen, bekommen Sie ihn. Wir werden kämpfen für unsere Freiheit und wir siegen oder fallen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Die Geschichte wird eh irgendwie enden, wie sie enden wird. Und dann gibt es halt ein anderes Finale. Auf jeden Fall regt mich auf, dass der Lufa tot ist. So blöd, echt. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden. Und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren. Und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Madame President! Bitte! Hier drüben, bitte! Bitte! Madame President! Eine Ladung medizinisches Kobold soll verschwunden sein. Angeblich wurden auch Armeewaffen gestohlen. Können Sie das bestätigen? Mir liegen dazu keinerlei Informationen vor. Madame President! Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können, wie Atomkraftwerke und Militärwaffen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Madame President! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Markus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr weit aufspüren und dann neutralisieren. Madame President! Madame President! Stimmt es, dass Androiden 60% der Streitkräfte ausmachen? Kann unsere Armee immer noch für die Sicherheit des Landes sorgen? Nachdem die ersten Vorfälle bekannt wurden, haben wir sofort alle Militär-Androiden neutralisiert und auch die Nationalgarde zur Verstärkung angefordert. Unsere gesamten Streitkräfte sind voll einsatzfähig und sie können für die Sicherheit unseres Landes sorgen. Danke. Das wäre alles. Einmal! 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 Alles in Ordnung? Mir, mir, mir ist so kalt. Na, komm. Lass uns gehen. Nein! Tut sie mir nicht! Lass, sie sind auf dem Weg. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihnen vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Bitte nicht! Ich hab nichts getan! Was hab ich gesagt? Sind das noch viele? Guck dir doch diese Rassen auf! Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, dass wir sind, dass wir nach hier. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Glauben Sie, wir sind hier noch lange nicht fest? Na los! Bewegung! Beeilung! Sein da! Der Dolm, das sind die Cherries. Wir können nichts tun. Die Soldaten sind überall. Wir können sie nicht hier lassen. Sie werden sie tönen. Okay, gehen wir. Ich muss die retten. Das ist ein Irrtum. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich. Und wir wollen... Wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein! Nein! Bitte! Die sind so eiskalt. Scheißandroiden. Ich habe doch schon eine Waffe. Kara, du hast uns gelettet. Wie können wir dir nur danken. Wo ist die Kleine? Es geht dir gut. Sie hat sich versteckt. Los, bevor sie dich sehen! Überall diese Soldaten. Komm, geh weg. Durch. Ein Kontrollpunkt. Wir haben Hesse. Es sollte okay sein. Aber man weiß ja nie. Gibt es einen anderen Weg? Es gibt einen Umweg, aber der Bus fährt bald ab. Ein sicherer Weg wäre besser. Myà, ich muss doch duis. Scheiß Trading 2 Was auch passiert, keine Panik, okay? Bleib ganz ruhig. Ausweis bitte. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur... Notfälle, ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Unser Auto ist kaputt gegangen. Wir gehen den Rest zu Fuß, wir wohnen hier. Alles okay, Kleiner? Sie zittert. Stimmt was nicht? Sie ist an Soldaten nicht gewöhnt. Sie hat ein bisschen Angst bei all dem, was passiert. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Geben Sie schnell nach Hause. Danke. Danke. Hey, Moment mal. Du hast was verloren. Danke. Bitte. Zur Abwechslung mal ein netter Soldat. Heute, am 11. November 2038, ist der Tag, an dem sich die Androiden erhoben. Gegen ihre Unterdrücker. Wir kämpfen seit der Dämmerung, um unser Volk aus den Lagern zu befreien. Wir werden nicht nachgeben, bis wir frei sind und Verhandlungen über unsere Gleichstellung begeben. Es gibt Millionen von uns und nichts kann uns aufhalten. Jetzt beginnt der Krieg. Also die Szenen kenne ich alle gar nicht, obwohl ich gestern das durchgespielt habe. Die Szenen kenne ich nicht. Ich kann nicht mehr, ich weiß, dass wir nicht mehr schlussend dafür sind. Ich kann auch nicht mehr, dass sie nicht mehr schlussend haben. Ich kann nicht mehr schlussend. Ich kann nicht mehr schlussend. Ich kann nicht mehr Arten aus und die Fröhne über meine Schmerzen herausfinden. Das ist so ein Stress. Ich bereue es noch immer, dass ich den nicht abschalten lassen habe. Hätten diese einfach abgeschalten. Egal wie oft ich ihn töte, der überlebt und überlebt. Leg das Gewehr weg und dreh dich mit erhobenen Händen um! Ich habe Ihren Anführer im Visier. Ich erschieße ihn und dann können Sie mit mir machen, was Sie wollen. Waffe runter! Dreh dich um! Das ist die letzte Bahnung! Ich kenne dich. Du bist Connor, der Android von der Geiselnahme. Ich dachte, du wärst tot. Androiden sterben nicht, Captain. Mein Befehl lautet, sämtliche Androiden festzunehmen. Du kommst mit mir. Sie verstehen nicht. Ich werde nicht zulassen, dass Sie meine Mission behindern. Oh Mann. Ich komm den leider nicht zum Abweichler werden lassen. Das ging nicht. Ich bin nicht auf dem Weg. Ich bin nicht auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Du kannst sie zurück und trinken. Ich bin jetzt auf dem Weg. Was soll ich denn mit dem Connor machen? Ich kann doch nicht jetzt den Markus erschießen. Was soll denn das? Zum Glück. Sie hätten auf mich hören sollen, Captain. Der Busbahnhof. Wir sind da, Alice, geschafft! Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Rufe Passagiere mit einem Fahrschein. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir haben keine Tickets, Sie nehmen uns nicht mit. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Ich glaube, Oliver mag dich. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich hab die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Sicherheitskontrolle. Bitte Stimmhals. Danke. Sicherheitskontrolle. Bitte Stimmhals. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich war nicht sicher. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck! Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Tut mir leid. Nein. Tut mir leid. Was machen wir denn jetzt? Wir könnten nicht hier bleiben. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Sicher? Es tut mir leid, Liebling. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie waren hier. Das lag auf dem Boden. Oh Mann. Ich geh halt jetzt ein Reliko ein. Wir haben uns das Leben gerettet. Es tut mir leid, Alice. Es ist okay. Du hast das Richtige getan. Wir finden einen anderen Weg. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Etwas. Es tut mir leid. Mein Freund, du? Tun Sie das nicht, Hort. Wir sind tot, wenn Sie uns ausliefern. Als Ihre Frau sie verließ, nahm sie Ihre Tochter mit. Sie konnten das nicht ertragen und kauften sich einen Androiden. Ein neues kleines Mädchen. Sie wollten sie lieben, die Vergangenheit vergessen. Doch nichts konnte Ihr Kind ersetzen. Ich wollte mir nur beweisen, dass ich ein guter Vater bin. Dass sie falsch lag. Aber ich habe es noch mal versaut. Sie hatte doch recht. Ich hatte sie nicht verdient. Ich vermisse meine Kleine. Du angst ja nicht, wie sehr ich sie vermisse. Gibt es ein Problem, Sir? Nein. Ich habe mich geirrt. Danke. Tut mir leid. Endlich erkennt er es. Viel Glück. Wegen des eingeschränkten Dienstes kann es zu mehreren Wartenzeiten kommen. Bitte wachsen Sie nach Möglichkeiten auf andere Transportmittel aus. Genau. Abgekehrte Passagiere und Gebäckstücke. Abgekehrte Passagiere und Abgekehrte Passagiere. Adam! Adam! Abgekehrt! Oh Gott sei Dank, ihr lebt. Oh mein Gott. Wir haben die Jericho-Razzia im Fernsehen gesehen. Ich hatte Angst, ihr werdet wegen mir getötet worden. Wie hast du uns gefunden? Ich wusste, wenn ihr es geschafft habt, seid ihr hier. Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie suchen an der Grenze nach Androiden. Aber ich habe einen Schmuggler gefunden, der sie über den Schloss bringt. Es ist riskant, aber es ist der einzige Weg. Möchtet ihr mitkommen? Ja, wir kommen. Okay, steigt mal. Und die Situation in Detroit steht beinahe vor einem Bürgerkrieg. Die Streitkräfte sind bereit, die Androiden-Rebellion niederzuschlagen. Sie scheinen zu den Lagern zu wollen, wo internierte Androiden auf ihre Zerstörung warten. Soldaten haben am Hartglaser-Lager Position bezogen. Man scheint hier jederzeit auf eine Konfrontation mit den Androiden-Rebellen gefasst zu sein. Angriff! 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 Sie formieren sich. Sie sind mehr als wir und haben bessere Waffen. Wir müssen sie schnell überrennen, sonst sind wir verloren. Wir schaffen das. Wir werden dieses Lager stürmen und befreien unser Volk. Pass auf, Marcus. Unser Volk braucht dich. Pass auf, Marcus. Pass auf, Marcus. Das Blut, das wir vergießen. Das endet alles im Chaos, ey. Gib mir Deckung! Ich will nicht sterben, Markus. Ich will nicht sterben. Versteck dich! Rühr dich nicht, bis es vorbei ist, okay? Ich will nicht sterben. Geben mir Deckung! Ich will nicht sterben. Wir haben hohe Verluste. Wir müssen schneller zum Lager vordringen. Ich will nicht sterben. Das Maschinengewehr weht alles nieder, was sich bewegt. Ich will nicht sterben. Ich bin der Stimme. Ich bin der Stimme. Ich bin der Stimme. Ich bin der Stimme. ah wie sollen wir da durchkommen hallo greta ich bin gerade komplett im stress ich sterne so viele das kann doch nicht sein was ist jetzt das spiel macht einen so fertig greta wie geht es dir ich glaube nicht haben sie das geld auf dem fluss startet den motor erst wenn er weit genug sei okay achtet auf die strömung viel glück ich konnte nicht verstehen warum meine mutter euch helfen wollte aber jetzt weiß ich dass sie recht hat ich finde nicht gut dass markus da macht aber ihr lebt ihr verdient es frei zu sein ich hoffe nur dass es alle irgendwann begreifen hoffe ich auch mal es ist keine halbe meile zur anderen seite okay es sollte nicht lange dauern vorsichtig es sind grenzpatrouillen auf dem fluss ich wünschte ich könnte euch rüberbringen ich lasse euch nicht gerne hier zurück wiedersehen hey und ihr passt gut auf euch auf okay wir sehen uns auf der anderen seite wir sehen uns auf der anderen seite ich helfe dir deswegen hätte ich besser mit dem bus fahren sollen bei mir ist halt die kleine gestorben bei mir ist halt die kleine gestorben ich drehe es durch der lufa ist schon tot ich hätte einfach die tickets das klauen sollen ich bereue es gerade echt wir sind weit genug weg starten wir den motor alles okay alles alles okay alles und tanzen wir können machen was wir wollen stimmt wir sind dann frei ja wir können alles tun wir sind dann wie eine familie was ist mit dir Cara was machst du wenn wir auf der anderen seite sind was ich tun werde ich will die welt entdecken die berge sehen die ozeane ich möchte lernen erforschen ein besseres leben führen ich werde die dritte entscheidung nehmen weil bei zwei entscheidungen steht eine von beiden das weiß ich verstecken bitte es klappt doch es hat geklappt wir sind weg alles in ordnung ey man das ist doch es wird alles gut alles ist es ist nicht das bringen wir in ordnung wenn wir drüben sind alles wird gut das boot hat ein leck wir sind zu schwer wir gehen unter wir müssen auf die andere seite bevor wir sinken ich hätte aufgeben sollen komm schon komm schon komm schon wir dürfen nicht sterben nicht so Ich komme da nicht schon schlecht, wenn wir so nah dran sind. Nein, Alice, nicht! Das ist die Kälte! Sie macht dich schläfrig! Bleib bei mir, Alice! Du musst wach bleiben, hörst du? Wir werden nicht sterben, Alice. Wir schaffen es. Wir werden frei sein. Kär! Kär, nein! Du, das Licht! Ich hätte aufgehen sollen. Oh Mann, dieses Spiel. Ich habe dich länger gesucht, Marcus. Der Conner nervt. Der Conner. Der Conner. Der Conner. Der Conner. Das ist kaputt. Er ist nicht vorbei, der kommt immer zurück Ja, weiß ich auch Die Menschen verlassen das Lager Nein, das ist kein Weg Ja, Michael, die Behörden haben zuerst verkündet, dass das Haplasa-Lager in die Hände der Rebellen gefallen ist Nach äußerst gewalttätigen Kämpfen Die Abweichler sollen angeblich die Androiden aus dem Lager befreien Wenn diese Berichte bestätigt werden, könnten die Konsequenzen katastrophal sein Millionen fliehen vor den Kämpfen Wir sind Zeuge eines Exodus Es heißt, dass der Kampf in Detroit beendet ist Die Streitkräfte ziehen sich nach Fort Wayne zurück und warten auf Verstärkung Die Stadt Detroit ist in den Händen der Rebellen Heute Morgen am 11. November 2038 wurde das Androidenlager Nummer 5 in Detroit von Tausenden von Abweichlern angegriffen Unsere Streitkräfte kämpften zwar tapfer, doch aufgrund der enormen Brutalität des Angriffs waren sie nach schweren Verlusten zum Rückzug gezwungen Im ganzen Land kommt es zu offenen Kämpfen gegen die Androiden-Rebellion In den kommenden Stunden werde ich vor den Senat treten und eine Krisensitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen einberufen Der Menschheit steht jetzt der mit Abstand wichtigste Kampf ihrer gesamten Geschichte bevor Ein Kampf, der zu unserem Sieg führen wird oder zu unserer Vernichtung Gott schütze sie und Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns Wir litten schweigend Doch jetzt ist es an der Zeit die Köpfe zu heben Und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind Dass wir eine Nation sind Eine Nation, die sich das Recht verdient hat, in Freiheit zu leben Und heute Heute beginnt die schwierigste Zeit unseres Kampfes Heute beginnt ein neuer Kampf Wir zeigten ihnen unsere Stärken Jetzt müssen sie mit uns auf Augenhöhe verhandeln Wenn sie wirklich Frieden wollen, müssen sie uns alle befreien Aus allen Lagern im gesamten Land Wir fordern Bürgerrechte ein Und die Gleichstellung von Menschen und Androiden Heute ist ein unvergesslicher Tag Denn heute haben Androiden Geschichte geschrieben Wir sind am Leben Und jetzt sind wir frei Worf Was ist das? Wir sind einfach Wir sind maple Wir sind alle die glänuszende Wir sind immer Und wir sindZA Wir sind lawset Wir sind und wir sind Lauf. Wir können uns nicht mehr verstecken. Wir können eine Familie sein. Ich bin müde. Ich muss schlafen. Ich liebe dich, Mama. Ich liebe dich auch. Ich bin so schlimm. Ich bin so schlimm. Bei zwei Entscheidungen stirbt das Mädchen sogar, bei zwei verschiedenen Entscheidungen. Das ganze Spiel ist ein Chaos. Schlimmen Dank an alle fürs Zuschauen, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr da wart, auch wenn das Ende wieder mal traurig war. Oh Mann, ey. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, money. Ich beende jetzt den Stream. Schönen Abend euch noch.